Darmkrebs macht so gut wie keine Symptome, ist aber der zweithäufigste Krebs bei der Frau und der dritthäufigste Krebs beim Mann. Es lohnt sich also das ganze Thema nochmal genau aufzudröseln und das machen wir mit diesem Video. Mein Name ist Dr. Med. Konstantin Wagner, ich bin Frauenarzt und auf diesem Kanal wirst du verständliche, aber wissenschaftlich belegte Informationen finden. Wenn dir das Ganze gefällt, du dem Thema Frauenheilkunde auch eine besondere Lobby geben möchtest, dann abonniere doch bitte diesen Kanal oder schreibe etwas in die Kommentare, denn somit hilfst du mir, euch zu helfen. Darmkrebs ist also ein sehr häufiger Krebs, jetzt müssen wir aber langsamer auftröseln, was genau unter Darmkrebs eigentlich verstanden wird. Das Ganze nennt sich auf schlau auch kolorektales Karzinom, wenn man sich das übersetzen würde, dann hieße das, Kolo kommt von Darm, Rekt kommt von dem Rektum und eben das Karzinom kommt vom Krebs. Es ist also ein Krebs, der komplett den ganzen Darm betreffen kann, vom Dünndarm über den Dickdarm bis hin zum Rektum. Welche Bereiche da besonders häufig betroffen sind, das klären wir auch gleich noch. Unterm Strich handelt es sich also um bösartige Wucherungen und diese bösartigen Wucherungen, die entstehen meistens aus gutartigen Wucherungen. Das ist bei Krebs sehr oft so und diese gutartigen Wucherungen nennt man zum Beispiel auch Polypen. Polypen kann man bei der Darmspiegelung zum Beispiel erkennen, man kann sie auch abtragen, aber Polypen müssen nicht unbedingt zwangsläufig im Darmkrebs enden. Sie sind aber definitiv kontrollbedürftig. Solltest du also mal eine Darmspiegelung gehabt haben oder in der Zukunft haben und es kommen Polypen raus, dann wirst du wahrscheinlich je nach Vorgeschichte auch engmaschiger kontrolliert. Okay, Krebs vom Darm haben wir verstanden. Wo kommt das Ganze denn jetzt häufig vor? Das ist leicht zu merken. Die Lokalisationshäufigkeit steigt nach Aboral an. Aboral bedeutet vom Mund entfernt. Bedeutet, je weiter du dich vom Mund entfernst, desto wahrscheinlicher und desto häufiger kommt der Krebs dort vor. Damit ist das Rektum mit 50%, also der Hälfte aller Darmkrebse, die häufigste Lokalisation. Danach kommt diese S-förmige Windung, das sogenannte Sigmoid mit 30% Häufigkeit. Das Kolontransversum und Descendens, also der querverlaufende Anteil des Dickdarms und der herunterlaufende Anteil des Dickdarms, diese mit 10% dabei. Und auch der aufsteigende Teil des Darms und der Blinddarm sind auch nochmal 10%. Und das ist auch der Grund, warum bei einer Darmspiegelung relativ gut auch der Darmkrebs gefunden werden kann. Denn je weiter man sich natürlich vom Enddarm entfernt, desto schwieriger wird es mit Windungen überhaupt mit der Kamera dorthin zu kommen. Ist manchmal gar nicht so leicht. Aber man hat eben durch diese Häufigkeitsverteilung eine gute Chance, bei einer Darmspiegelung Vorstufen oder auch Darmkrebs zu finden. Denn, jetzt kommt der große Punkt, was für Symptome und Beschwerden haben eigentlich Menschen, die von Darmkrebs betroffen sind? Und die sind relativ unscheinbar, beziehungsweise es gibt kaum bis wenige Symptome. Und die Symptome, die es gibt, die können auch auf andere Dinge hinweisen. Wenn ich dir jetzt sage, ja, es kann zu Verstopfungen oder auch Durchfällen kommen. Das gibt es ja immer mal wieder. Oder auch mal das Phänomen, dass Blut im Stuhl ist. Das gibt es ja auch, wenn man zum Beispiel ein Hämorrhoidenleiden hat und sich da eine Hämorrhoide öffnet und deswegen Blut auf dem Stuhl drauf ist. Hier kommt aber wieder eine kleine Spitzfindigkeit. Blut auf dem Stuhl gilt immer als ein bisschen weniger gefährlich als Blut im Stuhl. Und hier muss man auch unterscheiden zwischen Blut, was sichtbar ist, also was ich wirklich selbst sehen kann, wenn ich in die Toilette gucke, oder verstecktes Blut. Sogenannte okkultes Blut. Das sind wirklich Blutbestandteile, die sehr wenig sind oder nicht sichtbar sind. Die zu detektieren, dafür braucht es eben auch einen Test. Die kann man so mit bloßem Auge gar nicht sehen. Sogenannte Bleistiftstühle. Das ist, wie der Name schon sagt, ein Stuhl, der einfach so dünn ist wie eine Bleistiftmine. Das liegt daran, dass Darmkrebs natürlich auch komprimieren kann, also das Darmlumen verengen kann. Trotzdem will der Stuhl da durch und deswegen bildet sich eben ein relativ dünner, fester Stuhl. Also Bleistiftstühle sind auch ein Indiz für Darmkrebs. So, du wirst vielleicht schmunzeln, aber auch die sogenannten falschen Freunde, also ein Stuhlabgang beim Abgang von Winden, kann ein Indiz dafür sein, dass Darmkrebs vorliegt. Wenn man ständig Bauchschmerzen hat, eine nicht anders zu erklärende Anämie, also eine Blutarmut oder auch eine tastbare Raumforderung, wenn man dann wirklich mal nachtastet und merkt, oh, da ist was Derbes, das sind natürlich auch alles Indizien für Darmkrebs. Wenn du ständig müde bist, einen Leistungsabfall hast oder die sogenannte B-Symptomatik, du hast einen Gewichtsverlust, der nicht anders zu erklären ist, Nachtschweiß, dir geht es wirklich nicht gut, du bist schlapp, all das können Indizien sein für Darmkrebs. Und wenn man die jetzt nochmal zusammenfasst und sich überlegt, dann können die im Laufe eines Lebens natürlich so oder so auftreten. Eine Müdigkeit, ein Leistungsabfall, auch mal einen falschen Freund, Durchfälle, all das kann man ja mal haben, ohne dass es direkt Darmkrebs ist. Also kommt der Vorsorge eine besondere Bedeutung zu, die Prävention. Was kann ich also tun, um frühzeitig zu erkennen und überhaupt zu erkennen, ob ich Darmkrebs habe? Darmkrebsvorsorge hat einen riesen Stellenwert, denn wir haben gehört, zweithäufigster Krebs bei der Frau, drithäufigster Krebs beim Mann. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Laufe unseres Lebens Darmkrebs entwickeln, ist ja gar nicht so gering. Also müssen wir vorsorgen und das Ganze wird auch gesetzlich unterstützt. Das heißt, es gibt Vorsorgeprogramme für Darmkrebs. Das unterscheidet sich zwischen Männlein und Weiblein ein bisschen. Bei den Männern fängt das Ganze früher an. Hier haben die Herren ab dem 50. Lebensjahr die Möglichkeit einer sogenannten Koloskopie, also einer Darmspiegelung. Alternativ dazu könnte man auch den Test auf okkultes Blut im Stuhl machen. Das sind so kleine Selbsttests für zu Hause, wo man den Stuhl einschickt und untersucht, ob da verstecktes Blut drin ist. Das ist eben die Alternative zur Koloskopie. Bei Frauen ist dieser Test quasi ab dem 50. Lebensjahr in der gesetzlichen Vorsorge verankert. Das heißt, den Test auf okkultes Stuhl, den gibt es. Wenn so ein Test auf okkultes Blut positiv ausfällt, wurde also Blut nachgewiesen, dann schließt sich eine Koloskopie an. Da ist es natürlich so, dass viele, viele auch mal Probleme haben mit dem Stuhlgang, Verstopfung oder Hämorrhoiden, dass da auch mal Blut beigemengt sein kann. Trotzdem gilt Safety first, also muss man da auch zur Koloskopie schreiten und gucken lassen, dass da nichts Schlimmeres hintersteckt. Die Frauen bekommen ab dem 55. Lebensjahr dann auch die Koloskopie. Die gute Nachricht, wenn hier ein unauffälliger Befund da ist, dann hat man auch 10 Jahre Ruhe. Muss also erst nach 10 Jahren wieder zur Koloskopie. Was bei der hausärztlichen und auch frauenärztlichen Untersuchung dazukommen kann, ist die digital-rektale Untersuchung. Wird das denn alles von der Krankenkasse übernommen? Ich habe es gerade gesagt, es ist eine gesetzlich verankerte Vorsorge. Ich blende es euch hier nochmal ein. Das sind die Leistungen, die eben auch von den gesetzlichen und auch den privaten Krankenkassen in der Regel übernommen werden. Wenn du jemand bist, der in der Familie Darmkrebs hat oder ein erhöhtes Risiko aufgrund von einer chronischen Darmerkrankung, Colitis ulcerosa zum Beispiel, oder bei einer genetischen Vorbelastung, Schlagwort ist HNPCC, dann sind natürlich intensivere Vorsorgen von Nöten. Hier solltest du bitte mit deiner Ärztin oder deinem Arzt sprechen. Kommen wir doch mal zu dem Punkt, und jetzt wird es natürlich auch wichtig, was kann ich denn tun, um aktiv zu verhindern, dass ich überhaupt Darmkrebs bekomme? Das ist ja auch ein riesen präventiver Gedanke, gar nicht erstes dazu kommen zu lassen. Die Vorsorge ist natürlich ein wichtiger Baustein, aber die Selbstvorsorge ist natürlich auch nochmal wichtig, wenn nicht sogar wichtiger. Und das sind die alten Kamellen leider. Und sie sind leider auch wissenschaftlich nachgewiesen. Das heißt, eine ausreichende Bewegung ist präventiv für Darmkrebs, verhindert Darmkrebs tatsächlich. Hier muss es kein Marathonlauf sein, sondern einfach eine moderate Bewegung. Und da reichen laut Leitlinie auch 30 bis 60 Minuten am Tag. Einfacher Spaziergang, in der Mittagspause hast du schon was gegen das Darmkrebsrisiko getan. Gewichtsreduktion bei Mehrgewicht und Übergewicht, also ein BMI von über 25, ist auch eine alte Kamelle, ist aber so. Übergewicht ist definitiv ein Risikofaktor für viele Krebsarten. Der Darmkrebs zählt auch darunter, genauso wie, ihr habt es euch schon gedacht, Rauchen. Rauchen ist kanzerogen, das ist kein Geheimnis, betrifft nicht nur die Lunge, sondern viele, viele Organe, unter anderem eben auch den Darm. Also hier der Verzicht auf Tabak ist präventiv gegen Darmkrebs. Und auch natürlich für das Zellgift Alkohol gilt das Gleiche. Hier heißt es ja auch nicht, dass wir päpstlicher als der Papst sein müssen und komplett verzichten müssen. Das wäre natürlich das Allerbeste. Es geht hier um, so steht es auch in der Leitlinie, um einen limitierten Alkoholkonsum. So, und dann wollen wir auch die Klassiker voll machen. Die Ernährung spielt einen Riesenfaktor. Kann man sich ja auch denken, das, was wir essen und zu uns nehmen, das landet im Darm. Und je gefährlicher diese Stoffe sind, die im Darm dort gespalten werden müssen und aufarbeitet werden müssen, desto mehr Risiko habe ich natürlich für Darmkrebs. Das bedeutet, wenn ich mich bewusst gesund ernähre, das heißt viel Obst und Gemüse esse und ballaststoffreich esse, man spricht von fünf Portionen Obst oder Gemüse am Tag. Das hat man relativ schnell erledigt, wenn man mal darüber nachdenkt, wie oft ich dann doch Obst und Gemüse am Tag esse, kommen die meisten auf drei bis vier Mal. Wenn man da nochmal eine Handvoll Apfelspalten am Abend dazu nimmt, dann kommt man auf diese fünf Portionen. Also das kriegen wir alle hin. Ballaststoffreich ist einfach extrem wichtig für viele Aspekte, nicht nur für das Sättigungsgefühl, nicht nur für den Glucoseindex, also wie hoch wird mein Insulinspiegel ausgeschüttet, sondern eben auch für die Gesundheit des Darmes. Hier spricht auch die Leitlinie von 30 Gramm pro Tag. Wer sich das mal überlegt, wer irgendwo Leinsamen reinmacht oder andere Hülsenfrüchte oder auch Gemüse isst, der kommt schnell auf die 30 Gramm. Klingt immer alles so, als ob man hier, weiß ich nicht, heldenhaft sich ernähren muss, aber die meisten kommen schon relativ nah dran. Und wenn man sich da noch ein bisschen mehr bemüht, dann hat man auf jeden Fall sehr viel getan für seine Darmgesundheit. Ein Abstecher noch zur Therapie, möchte ich euch nicht unterschlagen, ist natürlich hochkomplex, kommt darauf an, wo ist das Ganze, wie groß ist das Ganze, was für eine Tumorbiologie habe ich. Das heißt, wie aggressiv ist dieser Tumor. Gibt es schon eine Streuung, also sind schon Lymphknoten beteiligt oder nicht. Unterm Strich kann man schon sagen, Darmkrebs ist relativ gut therapierbar und hat auch Heilungschancen. Gerade in frühen Stadien, je kleiner so ein Krebs ist und je früher er entdeckt wurde, da kommen wir wieder zur Prävention, also zur Vorsorge. Je kleiner das Ganze ist, desto besser lässt es sich operieren. Und wenn einmal etwas komplett wegoperiert ist, dann gilt man auch als geheilt. Je größer natürlich so ein Tumor, je aggressiver, dann kann sogar auch eine Systemtherapie nötig sein. Wenn du dir jetzt denkst, Ernährung hat er jetzt mal schön angerissen, aber ich möchte gerne mehr in die Tiefe, einen Deep Dive zum Thema Ernährung, kann ich dir dieses Video empfehlen. Oder wenn es um das Thema Brustkrebs geht, der häufigste Krebs der Frau, dann kannst du dich hier nochmal ausführlich informieren, wie du auch Selbstvorsorge betreiben kannst. Ich würde mich über ein Abonnement freuen und vor allen Dingen auch einen Kommentar. Hast du schon mal Darmkrebsvorsorge gemacht, ist in deiner Verwandtschaft was bekannt und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß, bis dahin. Tschüss.